Nicht warten, das ist immer schlecht. Ja. Ich hab echt fast keinen Bock mehr. Für mich war die Sache aber klar. Wie cool. Ich durfte nichts sagen. Ich wurde einfach direkt wieder beschuldigt. Lächerlich. Sag einfach was am Anfang. Ich mach jetzt gar nichts mehr. Das ist ein cooler Streik. Ich lauf jetzt hier dumm herum. Hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr Leute ey. Ich werd immer random rausgevotet. Obwohl das so gut war. Ne. Ich lauf jetzt hier dumm herum. Wie. Simon ist durch Event gegangen. Hab ich gesehen. Ah ne, Conny hat ruhig. Ich wollte das nicht. Also ich weiß glaube ich wer der Impostor ist. Ich würd's nicht sagen. Ne, Simon ist es. Ich hab ihn gesehen. Wie er wetten war. Ich vertraut Moritz. Mhm. Ich geb einfach Simon beim überlegen. Wollt dich selbst Simon. Ist das Beste. Ist das Beste für meine Laune gerade. Ich weiß. Also Simon ist es nicht. Immer Simon reportet mich. Ich vertraut Moritz eindeutig. Ich vertraut Moritz eindeutig. Lächerlich, dass ihr mir nicht glaubt. Ich vertraut echt Moritz? Nichts, man. Ich hab keinen Bock mehr. Man, ich hasse sie immer. Oh, ich bin tot. Sorry. Mhm. Du, 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 du. Drei, zwei, eins. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist die Kein-Bock-Folge, Leute. Ich mach gar nichts. Ganz ehrlich, ja. Ich lauf jetzt hier random durch die Gänge. Wenn ich ne Leiche sehe, mach ich nichts. Äh. Mir wird eh nie geglaubt. Ich bin immer für die verdächtig. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Ganz ehrlich. So, hier seh ich ne Leiche. Oh, ich seh hier ne Leiche. Aber ich reporte die nicht. Oh. Oh Gott, ich seh hier ne Leiche. Ja, im Elektrik ist ne Leiche. Die bewegt sich noch. Oh, was ein Zufall, dass Simon da war. Simon, erzähl, was hast du gesehen? Als, äh, Moritz gesagt hat, ich seh hier ne Leiche. Dann sind Conny und ich zu der Küche gegangen. Weil das der... Also ich war früher da. Und hab den Lex... So war's gewesen. Und Noah, hallo... Kann ich was echtes sagen? Ich möchte auch was echtes sagen. Noah hat vorhin für Simon gewollt, ne? Der wollte jetzt einen Kontrahenten weniger haben. Ähm... Ich sag mir nicht, wer der Impostor ist. Weiß ich's gemacht. Und... Leon, komm, vertrau mir bitte. Es ist wirklich Simon. Impostor, wenn du mich jetzt nicht umbringst. Nächste Runde verrate ich dich. Was ist das denn? Okay, Conny, ich muss dich dann wohl umbringen. Ah, der aufkommt. Nee, Leon, du wusstest, ey. Doch. Oh... Alexi, du wusstest auch was. Ja, Alexi, du wusstest auch was. Ich hab schon gedrückt. Mann, worte doch endlich für Simon. Für Simon ist es nicht. Doch. In meinem Herzen wird er sein. Warum ist das denn, Simon? Außer, dass er durch den Welt gesprungen ist. Ja, weil er mich dreimal rausgevotet hat. True, das ist es. Ja, ich möchte mich jetzt auch einmal gut fühlen, dass er tot ist. Damit ich hier in Ruhe Leute killen kann. Danke. Sag, wir laufen wieder hier dumm herum. Da ist Simon. Es war so klar. Es war so klar. Lichter aus. Ich gehe nach Haus. Radimi, Rabbi. Bam, bam, dam. Dam, dam. So. Hier ist niemand, okay. Ist hier jemand? Nee, da ist Conny. Conny, ich laufe einfach wie gewohnt. Herum. Und gehe natürlich in den Raum rein. So. Gehen wir nach hier. Hier. Da ist niemand. Die Tierwerte tot. Da ist Simon wieder. Simon ist da wieder. Hier ist eine Leiche hoffentlich. Keine Leiche. Wir gehen zurück. Gucken, ob Lexi noch lebt. Lexi lebt nicht. Wir gehen zurück. Und gucken, ob Simon noch lebt. Denn der ist ja hier reingelaufen. Er ist immer noch da. Was ein Zufall. Hurra, hurra. Da ist eine Leiche. Ich gehe weiter. Denn das interessiert mich nicht. Schon wieder hat Simon eine Leiche. Moritz. Gerne baut von Frau Hüja. Hä? Guck. Leon hat auch gerade für Simon gewoltet. Ja? Ja, ja. Es muss Simon sein. Endlich. Aber ich glaube eigentlich ist es Conny. Aber ich wollte Simon. Also. Ach scheiße. Ich wollte jetzt sagen wer es ist. Ah. Okay. Ja. Dann sag wer es ist. Also. Lexi hat. Hier. Also. Entweder war das halt. Warum auch immer. Aber du hast es gefakt. Ich will trotzdem Simon raus haben. Zumindest eine Runde. Damit ich mich nächste Runde wieder gut fühle. Komm Lexi. Kann ich nämlich ernsthaft spielen. Also. Guck mal. Pass auf. Simon hat mich gewoltet. Moritz hat Simon gewoltet. Du kannst einfach Simon wolten. Ich drücke Skip Wolt. Okay? Dann hast du wenigstens eine Runde raus. Und dann quälst du dich ran. Okay? Let's go. Ach das ist jetzt trash. Jesus trash. Nächstes. Easy. Mach jetzt. Ich will Simon wolten. Deswegen. Ja. Weil Moritz Simon raus haben will. Ja. Damit ich nächste Runde wieder wie immer mitspielen kann. Damit ich mich mal wieder gut fühle. Super. Endlich. Endlich ist die Katastrophe draußen. Niemand tut mir leid. Es wird überstimmt. Endlich. Da guck. Er war's not. Ich wusste es. Ich wusste es. So fühlte sich an raus. Beschmissen zu werden. Schön. So kannst mich töten. Das hatte ich echt lange nicht mehr. Ja. Ich glaub es war vor Destern. Da war ich immer als erstes getötet, als wir zu viert das gespielt haben. Ich wusste es noch was machen. Ach ist es Conny? Ich bin es ja. Achso. Ich hab Conny wenden sehen. Sorry. Also ich musste es jetzt endlich sagen. Ja. Ich hab trotzdem für Lexi gewolltet. Es ist nicht Conny. Es ist nicht Conny. Aus Versehen für Lexi. Ja. Aus Versehen. Oh Scheiße. Ich hab überhaupt ein Fett hier. Fuck. Oh. Ich bin abgerutscht. Oh. Du bist so trash. Also es ist doch Lexi. Oh Gott. Mann. Wieso sagst du denn das du es bist? Lächerlich. Lächerlich von dir. Ja. Oh Gott. Vorsicht. Lexi rennt dir hinterher. Ich will abhauen. Ja. Okay. Von mir aus können die 20 Sekunden ruhig ablaufen. Dann stirbt Lexi auch. Lexi. Du willst doch keinen Selbstmord machen. Komm. Helft Conny dabei das fertig zu machen. Ja. Da stehst du ne? Da stehst du. Ja. Wieso willst du mich denn dich töten? Und packst du eigentlich Moritz? Warum muss er dich das jetzt machen? Komische Gesamtsituation hier. Ja. Seh ich auch so. Lassen sie mich. Moritz du bist so schön. Ich hab dich beschützt Conny. Ich spame keiner. Ich spame keiner. Ja. Ich hab Conny beschützt. War doch nett von mir. Ich spame keiner. Komm und durchspielen. Hallo. Hoi. Vielen Dank.